Ja, du findest das auch unfassbar, ne? Ich hab jetzt noch ein neues Thema reinbekommen für alle Bild-Zeitung-Fans. Und zwar hat da ein psychisch gestörter Junge, so scheint es, ein Kaninchen halb tot gequält und ein Video davon gemacht. Wie findet ihr das? Also ich find das schlimm, ich find das grausam. Ich hatte neulich selbst zwei Kaninchen, hab sie dann abgegeben, weil es auch viel Arbeit ist. Aber ich hab sie in gute Hände gegeben. Meine Schwester hat sie bekommen, beziehungsweise ihre kleinen, ja, meine Nichten. Und denen geht's richtig gut. Ja, genauso wie dir. Also ich finde, also alles, ja, es ist doch so, alle Tierquäler gehören wirklich an die Wand gestellt. Ich weiß nicht, ich find es nicht in Ordnung, dass man, ich mein, der Mensch, ja, es ist doch so, Lagi. Nee, dieser arme Hase, dieser arme Hase. Also der Junge kommt wohl in psychiatrische Behandlung und da gehört er auch hin, ganz ehrlich. Ja, ich hab sie auch gelegt. Ja. Ja.